Herzlich willkommen zu unserem Video mit wichtigen Informationen für unsere Zusammenarbeit während Ihrer Zeit beim AMS. In den nächsten Minuten möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, wie wir unsere Zusammenarbeit gestalten, was Sie dabei beachten sollten, welche Services wir Ihnen bieten, was Sie von uns erwarten können und welche Tipps wir Ihnen für eine erfolgreiche Arbeitssuche geben. Damit Sie rasch wieder eine für Sie passende Arbeit finden, braucht es Ihre Mithilfe und Kooperation. Nur so können wir Sie auf Ihrem Weg zum beruflichen Neustart optimal unterstützen. Wir wünschen Ihnen nun einen informativen Einstieg in unsere Zusammenarbeit, viel Erfolg und alles Gute für Ihre berufliche Zukunft. Wir vermitteln Ihnen freie Stellen, die zu Ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen passen. In Ihrer Betreuungsvereinbarung stehen die wichtigsten Punkte dazu. Sie bekommen von uns Stellenangebote, die Ihre Jobchance erhöhen und gesetzlich zumutbar sind, auch wenn diese nicht genau zu unseren Vereinbarungen passen. Bitte beachten Sie, wenn Sie sich auf eine vermittelte Stelle nicht bewerben, so sieht das Arbeitslosenversicherungsgesetz einen Verlust des Arbeitslosengeldes von sechs bis acht Wochen vor. Sollte ein Vermittlungsvorschlag nicht passen, dann kontaktieren Sie uns bitte. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn besondere Fähigkeiten gefragt sind, die Sie derzeit nicht für die freie Stelle mitbringen. Nehmen Sie Ihre Arbeitssuche selbst in die Hand. Suchen Sie freie Stellen. Im Internet, auf Jobplattformen. Wir empfehlen die AMS-Job-Suchmaschine alle Jobs. Oder den AMS-E-Job-Room. Am Handy über Apps wie zum Beispiel der AMS-Job-App. Fragen Sie Ihre Familie, Freunde und Bekannten. Vielleicht weiß Ihr persönliches Umfeld von Jobangeboten, die für Sie passen. Auch in Zeitungen, auf Social Media und auf Webseiten von Unternehmen finden Sie freie Stellen. Wo möchten Sie gerne arbeiten? Schicken Sie diesen Firmen Ihre Bewerbung. Unsere Erfahrung zeigt auch, wenn Unternehmen aktuell keine Stellen ausgeschrieben haben, lohnt sich eine Bewerbung. Dokumentieren Sie alle Ihre Bewerbungen, tragen Sie sie in Ihrem eAMS-Konto ein oder führen Sie eine Liste. So haben Sie und wir einen guten Überblick über Ihre Bewerbungen. Bei der Bewerbung machen oft kleine Dinge den Unterschied zwischen Zu- und Absage aus. Auf unserer Homepage haben wir unter Richtig bewerben nützliche Bewerbungstipps für Sie zusammengestellt. Wissenswertes zu Bewerbungsschreiben Lebenslauf- und E-Mail-Bewerbung, Tipps zum Vorstellungsgespräch und vieles mehr. Nutzen Sie diese Informationen und verschaffen Sie sich einen Vorteil für Ihre nächste Bewerbung. Haben Sie keinen Computer zu Hause? Dann verwenden Sie doch einfach Ihr Handy für die Bewerbung. Auf www.online-bewerben.info haben wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer Niederösterreich Videos zu diesem Thema zusammengestellt. Lernen Sie Schritt für Schritt, wie man sich mit dem Handy online bewerben kann. Wenn Sie einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen, überprüfen wir, ob Sie einen Anspruch haben. Sie müssen dafür arbeitslos, arbeitsfähig und arbeitswillig sein und eine Mindestdauer an versicherungspflichtiger Beschäftigung nachweisen. Wir sorgen dafür, dass Sie Ihr Arbeitslosengeld pünktlich und regelmäßig erhalten, jeweils monatlich im Nachhinein bis zum 10. des Monats. Bitte geben Sie uns jede Änderung Ihrer Lebenssituation bekannt. So können wir pünktlich und korrekt Ihr Arbeitslosengeld anweisen. Melden Sie uns auf jeden Fall, jede Beschäftigung, die Sie aufnehmen, auch wenn sie nur geringfügig oder kurzfristig ist, wenn eine Arbeitsaufnahme nicht zustande kommt, wenn Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten können, wenn Sie einen Kurs beginnen oder vorzeitig beenden, wenn Sie krank sind und wenn sich das Einkommen in Ihrem Haushalt ändert. Bitte melden Sie uns auch jede Änderung Ihrer persönlichen Lebensumstände, zum Beispiel Umzug, Auslandsaufenthalt, Geburt eines Kindes, Änderung von Kinderbetreuungszeiten, Pensionsanträge und Ähnliches. Denken Sie auch daran, sich nach einem Krankenstand, Kur- oder Auslandsaufenthalt wieder bei uns zu melden. Eine gute Zusammenarbeit zeichnet sich durch klare Rahmenbedingungen aus. Wir informieren Sie gerne über die Geschäftsbedingungen des Arbeitsmarktservice, also die Rechte und Pflichten für beide Seiten. Unsere Aufgabe und unser Anliegen ist es, dass Sie so rasch wie möglich wieder Arbeit finden. Damit Ihnen das gelingt, informieren wir Sie über den Arbeitsmarkt, wir beraten Sie umfassend und schicken Ihnen passende Stellenangebote. Dafür nehmen wir zunächst alle Ihre Daten auf, die für die erfolgreiche Vermittlung notwendig sind. Wir beachten dabei natürlich die Datenschutzbestimmungen. Unsere wichtigsten Vereinbarungen fassen wir in der Betreuungsvereinbarung zusammen. Vor allem Ihre und unsere Aktivitäten. In welchem Bereich, wo und zu welchen Zeiten Sie Arbeit suchen. Und welche wichtigen Termine geplant sind. Bei einem Termin in der AMS-Geschäftsstelle geben wir Ihnen diese Betreuungsvereinbarung mit oder wir schicken sie Ihnen über Ihr eAMS-Konto. Wir vermitteln Ihnen freie Stellen, die zu Ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen passen. Wir sorgen dafür, dass Sie Ihr Arbeitslosengeld pünktlich erhalten und halten Termine und Vereinbarungen ein. Damit Sie schnell wieder Arbeit finden, ist es wichtig, dass auch Sie aktiv sind. Suchen Sie selbst nach einem neuen Arbeitsplatz. Bewerben Sie sich möglichst sofort auf die Jobangebote, die wir Ihnen vermitteln. Bitte halten Sie uns telefonisch oder per eAMS-Konto über Ihren Bewerbungsstand auf dem Laufenden und geben Sie uns innerhalb von acht Tagen eine Rückmeldung dazu. Unsere Betreuungsvereinbarung ist für Sie verbindlich. Wir erwarten, dass Sie alle Termine einhalten und an den vereinbarten Schulungen und Kursen teilnehmen. Alle wichtigen Informationen zu Ihrer Arbeitssuche, den AMS-Dienstleistungen und einen einfachen Zugang zu verschiedenen E-Services des AMS finden Sie auf unserer Website www.ams.at. Alle Jobs ist die Online-Job-Suchmaschine des AMS. Sie funktioniert anonym, kostenlos und ohne Registrierung. Mit ihr finden Sie nahezu alle freien Stellen in Österreich auf einem Klick. Das sind alle beim AMS gemeldeten Stellen und im Internet veröffentlichte Jobangebote. Die AMS-Job-App ist alle Jobs auf Ihrem Handy. Die App listet freie Stellen in Ihrer Nähe auf oder zeigt sie auf einer Landkarte an. Sie können suchen, speichern und ändern oder einen Job-Alarm einstellen. Dann informiert Sie die App täglich über neue Stellenangebote. Gefundene Jobs können Sie merken, teilen oder weiterleiten. Die AMS-Job-App gibt es kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store. Erstellen Sie Ihr persönliches Bewerbungsprofil im e-Job-Room unter www.e-job-room.at. Registrieren Sie sich kostenlos und legen Sie ein Profil mit Ihren Berufserfahrungen und Kompetenzen an. Das hat den Vorteil, dass Unternehmen Ihr Profil im e-Job-Room finden und Ihnen direkt ein Job-Angebot machen können. Ihre Daten sind bei uns sicher. Ihre Kontaktdaten erhalten nur vom AMS geprüfte Unternehmen. Firmen, die nicht im e-Job-Room registriert sind, können Sie nur über das AMS kontaktieren. Zum Abschluss hier noch einmal die wichtigsten Punkte für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir setzen alles daran, dass Sie ein passendes Job-Angebot bekommen. In Ihrer Betreuungsvereinbarung halten wir die wichtigsten Eckpunkte fest. Sie bewerben sich möglichst sofort auf die Vermittlungsvorschläge. Bitte geben Sie uns jede Änderung Ihrer Lebenssituation bekannt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute für Ihre berufliche Zukunft. Ihr Arbeitsmarktservice Niederösterreich 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 Niederösterreich